Hallo meine lieben Strohhüte, wir sind es wieder von Trader Online Video, die Jenna und ich der John Tach. Und heute unboxen wir von One Piece die Starter Decks zu Monkey, die Luffy und Yamato. Mit Verlosung, viel Spaß dabei, bis gleich. Trader, mit uns hast du gute Karten. Trader hat jetzt auch One Piece im Sortiment. Und die Starter Decks 8 und 9 gucken wir uns gleich an. Aber wir haben noch ein anderes Starter Deck bei uns im Shop und das ist das Big Mom Pirates Starter Deck. Das ist ausgelegt auf die ganze Piraten-Crew der Big Mom Pirates, während die anderen beiden auf die Hauptcharaktere Yamato und Luffy ausgelegt sind. Deswegen ist das vermutlich auch nochmal ziemlich cool. Wir werden es vielleicht nochmal öffnen, aber wir zeigen es auf jeden Fall schon mal rein, sodass ihr wisst, das haben wir auf jeden Fall auch im Shop. Also auch eher limitiert, also schlag zu, solange es noch da ist, weil Big Mom ist schon ziemlich, ziemlich cool. Aber jetzt erstmal zur Verlosung würde ich sagen. Genau, da gibt es nämlich von Ultimate Guard. Von Ultimate Guard zwei Packungen Sleeves zu gewinnen in der Printed Land Edition. Ich habe auch mal eine Hülle schon mitgebracht oder ausgepackt. Da sehen wir sie, so sieht sie außerhalb der Hülle aus. Von innen schwarz und die Boa Hancock, wie wir sehen, One Piece Karten passen auch super rein. Auf der Rückseite ist es blickdicht. Zu den zwei Sleeves, damit ihr direkt die Decks eintüten könnt, gibt es auch noch eine Deckbox 133 Plus. Hält halt 133 Double Sleeve Karten oder 160 Single Sleeve Karten. Kann man halt perfekt auf beide Decks reinpacken. Man hat auch noch einen Trainer drin und so einen Kleber sozusagen, damit man den oben drauf kleben kann, um zu schreiben, welches Deck hier in dieser Deckbox drin ist. Und dieses Gesamtpaket könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut. Indem ihr das Video liked, kommentiert und unseren Kanal abonniert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. So, gehen wir in die Starterdecks rein. Ja, kannst du dir gerne einmal aussuchen, welches du zuerst öffnen möchtest. Ich öffne mal. Wir haben Monkey D. Luffy und Yamato. Okay, also fangen wir mit Monkey D. Luffy an. Genau, ist natürlich One Piece Englischsprachig, aber man sieht ja schon, wir haben einen 50 Karten Deck, eine Leaderkarte, 10 Donnkarten und ein Playsheet. Was ja dann höchstwahrscheinlich sozusagen eine Spielunterlage sein wird. Ja, einfach aus Papier oder so, ne? 15 Typen in total, 12 Kams, 2 Sporias und 1 Leader. Und dann gehen wir mal rein. So. Einfach mit Gewalt, würde ich sagen. Ja. Los, zerreiß es. Ich mach so. So, wenn ich das von unten öffne, dann muss ich da gar nicht so viel Gewalt anwenden. Na. So, das haben wir hier drin. Gucken wir uns erst mal hier die Playsheet an. Ach, Playsheet ist, glaub ich, eher im Sinne von, wie spielt man das, ne? Ja. Weil das natürlich auch Starterdecks sind. Dann haben wir jetzt hier halt einfach, wie der Zug abläuft. Also, was man hier als erstes macht in der Mainphase, in der Drawphase, wie das alles abläuft. Wie viele Donn man zieht. Wie die, ja, Attack-Steps funktionieren. Die Block-Steps. Hier unten siehst du dann auch nochmal, wie du das ganze Spielfeld aufbaust, sozusagen, ne? Ja. Also, wie, wo du die Sachen hinlegst. Und hier so essentielle Karten. Und auf der Rückseite haben wir dann hier, wie schon, die Playsheet halt, sozusagen, ne? Also, da kannst du auch, muss man sich angucken. Und man kann natürlich auch darauf spielen, muss man aber auch nicht, ne? Aber so wird das dann halt. Naja, ich meine, für den Anfang hat man es auf jeden Fall so gegeben. Und dann kann man auf jeden Fall, wenn man gerade erst anfängt, weiß man dann immer, wo muss ich was hinlegen. Ist ja ganz praktisch, ne? Ist ja ganz praktisch, ne? Auf der einen Seite eine Anleitung und auf der anderen Seite eine Spielmatte, sozusagen. Wenn du da nicht mehr weißt, ach, scheiße, dann packst du nochmal alle kurz Karten alle kurz weg von der Spielfläche. Und drehst das Ding nochmal um und guckst dir die Spielanleitung an. Und dann spielt er so, war die nicht in deinem Friedhof? Was? Äh, nein. So, dann gucken wir mal, wo geht's denn auf? So, dann haben wir jetzt hier auch das ganze Deck. Kannst du mal näher ran zoomen? Noch, ja. Ja, hier haben wir halt, wie schon gesehen, erst mal die 10 Don-Karten, ne? Also die Mana Base, ja sozusagen. Leg ich mal an die Seite. Und dann haben wir hier das Deck mit unserem Leader Monkey, die Luffy. Schön mit dem Strohhut in der Hand. Ja. Ja. Der Strohhut ist cool. Ja, Mann, stell dir vor, du hättest einen Strohhut, ne? Ja. So. Das ist dann unsere Super Rare. Wir haben jetzt zwei Super Rares. Genau, auch nochmal schön glitzernd hier. Hier Uta. Auch im Hintergrund sieht man auch nochmal Shanks und Baby Luffy. Ja, da hinten. Also sehr cool gemacht. Sehr schönes Artwork-Design, ne? Ja, haben wir dann zweimal. Und dann nochmal Shanks selbst, der auch wirklich sehr cool in diesem Artwork aussieht, ne? Natürlich sieht man hier, hat er noch beide Arme und selbst noch den Strohhut, ne? Sieht sehr cool aus. Also sehr schön detailreich gezeichnet, ne? Also mit den ganzen Verformungen, sag ich jetzt mal, auf dem Hemd. Ja, also wir merken uns, dass manche die Luffy-Deck ist für alle Shanks-Fans ein Muss. Ne. Und dann kommen wir halt jetzt zu den Kams. Ich glaube, die meisten Kams sind auch wirklich immer viermal drin, damit man halt direkt ein Playset von denen hat. Ja, wie man sieht, muss man auch direkt nochmal durchmischen, bevor man das Deck spielt, ne? Ja. Kobi mit dabei. Auf jeden Fall im Hintergrund sieht man Garb. Ja. Und Helmepo. Also immer schöne Anspielung auch im Hintergrund bei den ganzen Karten. Und wir hier Shirahoshi. Cassidy schon? Ja. Mit ihrem Hai-Beunt. Frag mich nicht, wie der Hai heißt. Ja, auch viermal in dem Deck. Genau. Und dann Vivi, also wir merken uns so, all die Charaktere, denen Luffy halt so hilft, die sind halt jetzt so in dem Deck, so all seine Freunde. Obwohl ich glaube, es sind keine Crew-Mitglieder in dem Deck. Bisschen schade. Aber kommt bestimmt auch noch, weil schließlich dreht sich das Deck ja jetzt nicht um die Strohhüte, sondern halt nur eigentlich um Mankini, Luffy. Auf jeden Fall. Ja, also Starterdecks sind natürlich auch massimperial gehalten. Deswegen haben wir ja jetzt auch viele Karten hier einfach viermal drin. Und auch eigentlich immer einen ziemlich kurzen Text. Ja, einfach damit man schnell in das Spiel reinkommt. Und dann kann man natürlich später sich noch ein paar Booster kaufen, um das Ganze noch ein bisschen aufzustocken. Die Makino. Gab es mit dabei. Das ist natürlich auch ein Muss in dem Luffy-Deck. Natürlich. Mal gucken, ist der zweimal? Oh, er ist sogar auch viermal drin. Ist natürlich auch ziemlich cool da. Dann, mein Luffy, darf natürlich nochmal nochmal. Auf der Mary. Die Mary. Das war ein sehr schönes Schiff. Kann ich ja sagen. Na, Boom, haben wir auch dabei. Also, ja, wie gesagt, all die Charaktere, die sich so über die Zeiten so schön mit Luffy anfreunden. Auch sehr schön. Auch, wie wir sehen hier, die meisten Karten halt einfach wirklich alle viermal, ne? Dann, Ehrenmann Nummer eins. Mr. Toobankari. Du hast die Serie nicht gesehen, aber Ehrenmann. Okay. Ich liebe ihn. Gut. Auch viermal in diesem Deck. Der ist ein Muss. Der muss da viermal rein. So, dann haben wir jetzt hier noch die Event-Karten. Ich glaube, dazu kannst du mehr sagen als ich, weil du dich ja auch an das Spiel da reingelesen hast. Aber wir sehen auch nur ein paar Event-Karten. Und das meiste sind halt wirklich Charaktere. Und natürlich die Gam-Gam-Pistol darf natürlich auch nicht fehlen. Aber nur zweimal. So, ja, das war schon das erste Deck. Ist aber halt, wie wir sehen, natürlich der Leader ist schwarz. Deswegen ist natürlich auch das ganze Deck schwarz, ne? Ist ja klar. Sehr cool. So, dann können wir auch eigentlich da jetzt schon nachs Nächste gehen, ne? Kannst auch mal wieder ein bisschen rauszoomen. Und dann holen wir uns hier die Yamato ran. Ich finde ja schon alleine die Verpackung sieht so cool aus. Ja, obwohl ich vermutlich nicht so viel dazu sagen kann, weil ich den Charakter noch nicht kenne. Bist du aber noch früh genug kenne. Struggle beim Öffnen. Nein, nein, nein. Ich mache nur die Verpackung nicht unbedingt kaputt. So. Ja, und das Tolle ist, die sind auch gar nicht so teuer, die Decks. Das heißt, man kann sich direkt... Natürlich haben wir hier auch wieder eine Playsheet, die habe ich jetzt aber nicht mit rausgehoben, weil es natürlich die gleiche ist. Ja. Man kann sich direkt ein Deck für sich kaufen, eins für seinen Freund und dann halt direkt loslegen. Genau. So. Zack. Dann haben wir... Ups. So. Ja, natürlich auch erstmal wieder die Don-Karten, ne? Irgendwie auch einmal die Seite. Und dann haben wir hier Yamato als unseren Leader. Diesmal in der Farbe Gelb, also ein gelbes Deck. Sieht auch sehr cool aus, ne? Sehr, sehr schön. Also... Sehr nice. Das kriegt One Piece echt gut hin. Also... Die Artworks, sehr, sehr toll. Dann kommen wir hier erstmal zu unseren Super-Rares. Kosuki Oden haben wir. Auch cool, ne? Auch, denke ich, zweimal wieder mit dabei. Ich glaube, die Super-Rares sind immer zweimal mit dabei. Zack. Und dann... Und dann... Und natürlich... Ace. Ein Muss. Der Donut. Wow. Ja. Autsch. Aber auch sehr cool. Sehr, sehr schön. Ich finde es sehr toll, dass die Ace da mit reingenommen haben in das Deck. Und dann geht's weiter. Auch Tempura hier. Der wird natürlich dann werden. Hier ist wahrscheinlich die Kams dann auch wieder... Hier sind die Kams jetzt alle wieder... Viermal drin. Und wir sehen auch, die haben auch alle jetzt halt keinen... E-Wifu. Nicht wirklich Text. Also, ganz basic Kreaturen. Kaido. Kaido darf natürlich auch nicht fehlen. Auch nur mit einem sehr coolen Bild. Kaido ist halt auch schon cool. So, ich... Genau. Können wir hier einfach so ein bisschen durchgehen. Und uns die Karten angucken. Momonosuke. Mhm. Julian, der den Namen zum ersten Mal in seinem Leben liest. Warte, was steht da? Auch ein cooles Artwork. Und halt auch wieder viermal drin. Das heißt, man kann sich das Deck auch einfach holen, um seine Lieblingscharaktere dann halt so zu haben. Das heißt, einfach... Obwohl... Shinobu, wo ist das? Wie auf die mit's leer? Oh, nein. Oh, Gott. Ja, sind auch wirklich fast alle viermal drin, ne? Also... Außer die Eventkarten. Ich finde, der sieht so ein bisschen aus wie Zorro, aber mit blauen Haaren. Ja, ich sehe, was du meinst. Der sieht ein bisschen aus wie du. Oha! Danke. Bitte. Umosubi. Genau. Ich lasse dich da einfach mal. Ja, wie wir gesehen, alle Karten halt viermal. Manche, die Louie haben wir natürlich auch noch drin. Kämpft auch, glaube ich, gerade... Ja, mit der Keule kämpft, kämpft er auch gegen Yamato, ja. Ist das gegen Keulung? Ach so. Ach so. Ja, meine ich ja. Sorry, Entschuldigung. Ja. 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 Ist halt das Wann-Deck, ne? Dann Yamato noch normal mit dabei. Auch cool, ja. Schon, schon sehr nice, ne? Wenn man einsteigen möchte, hast du hier auf jeden Fall, ja, direkt fertige Decks, ne? Auch nicht zu schwer. Die Karten oft einfach viermal. Außer die Event-Karten halt, ne? Naja, und wie gesagt, sonst holst du dir einfach noch ein, zwei Booster und machst das Ganze noch ein bisschen, änderst es ein bisschen ab. Und du hast natürlich noch einen coolen Feu-Leader und noch vier Super-Rares, sozusagen, ne? Ja, stimmt. Also zwei verschiedene, aber insgesamt sind es ja dann vier, was ja auch cool ist, ne? Du hast eine Anleitung, sozusagen, wie man spielt und so ein kleines Spielfeld, Spielfläche. Also sozusagen alles, was man für den Einstieg braucht. Ja, wenn man erst mal, ja, ein paar Decks braucht, mit denen man spielen möchte, also ein paar, ja, halt Starter-Decks, ne? Da hast du jetzt hier direkt auf jeden Fall zwei coole Decks, kann man sich natürlich, ich kann es ein bisschen wieder rausholen, ähm, ja, sich kaufen, ne? Mit dem Freund zusammen spielen. Der eine spielt Yamato, der andere spielt Luffy und dann kann man da auf jeden Fall viel Spaß mit haben. Ja, wer weiß, vielleicht spielen wir sie ja selbst nochmal irgendwann an. Ja, ist halt nur das Einzige, Marco ist halt Englisch, ne? Ich kann kein Englisch, oh nein. Ne, aber ja, ne, was soll man noch sonst dazu sagen, außer dass es halt, ja, ein gelungenes Einsteiger-Deck ist, sozusagen, ne? Ja, man kann sich dann halt, es gibt ja, glaube ich, auch noch sehr viel mehr Starter-Decks, dass wir haben jetzt halt gerade erst mal nur diese drei, ähm, bei uns im Sortiment, weil wir eben gerade erst mit One Piece anfangen, das heißt, wir werden aber auf jeden Fall da noch weiter aufstocken, das heißt, man kann dann wirklich sich irgendwann ein Starter-Deck zu entweder seinem Lieblingscharakter holen oder halt zu seiner Lieblingspiraten-Crew. Also, auch sehr cool gemacht da. Genau, also, sehr, äh, schön thematisch angehaucht. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, dir hat es auch gefallen. Wenn es euch gefällt, dann schreibt das doch auch gerne in die Kommentare, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Ja, und dann sehen wir uns, äh, willst du noch was sagen? Ja, nö, ich finde es auch sehr, sehr cool. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit One Piece, ähm, egal, das Samuel-Kartenspiel oder, ähm, die Serie. Die ja jetzt, äh, stimmt, stimmt, ja, die ja jetzt auch raus ist, zumindest die Live-Action-Serie. Kann man sich auch bestimmt mal angucken. Ja, gut, äh, wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren, das habe ich gerade schon gesagt. Und dann sehen wir uns im nächsten One Piece-Unboxing oder vielleicht auch bei anderen Kartenspielen. Bis dahin, viel Spaß mit One Piece und ciao. Tschüss.